Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Series 3. Du hast dich hier schön in dem Ding versteckt. So, ich glaube hier hinten irgendwo eher bei den Dingen. Ist das hinter dem? Ja. Geheimnis, bisschen. Oh, der Strom ist sogar voll. Cooles Sachen. Das nächste dürfte in der Mitte sein. Was ist hier bei dem Tempel? Wahrscheinlich. Natürlich. Noch ein paar Granaten. Ah ja, tatsächlich sogar hier. Dankeschön. So, dann haben wir die natürlich noch ein letztes. Hm. Hm. Na ja. So, das sieht gut aus. Wie viel ist denn da jetzt, wo du wieder genug gegangen hast? Ja. Schüsse. Oh. Ja, diesmal ist nur C4. Und Devastator. Ja. 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 So. So, ja. Jetzt wird das auch hier mal tatsächlich. Das ist wirklich. Ah, so, ist gut aus Ja, wir haben ja gespeichert Sehr gut Ja, wie gesagt, viel zu tun Dann, ja, ein bisschen in Wegen bleiben War dann, dass das Zeug hält So, dann kannst du dich mal an den Blick Etwas spürend Das ist mir deutlich lieber, wie gesagt Das ist alles noch etwas gemütlicher Man kann ausweiten, dass es eine riesige Rorde an Kleintief Vor allen Dingen an den Kamikaze-Piechern Die dich halt so schnell aus dem Leben zähl, äh, hauen Ich hoffe, es ist ein Leben zähl, wie ich wollte, ich kratze Mach dich so gut, bitte Schönen Ja, das können wir ändern Noch mehr Spinnen Ein paar Kugeln Nur ein paar viele Spinnen Ja Ja, wie gesagt, im Gegensatz zum Viertengreife Das hier, man kriegt hier immer mal wieder Produktionen Und Speicherpunkte Und Lebensenergie Was halt beim Viertengreife überhaupt nicht der Fallabschluss Haben wir wahrscheinlich Es haben wir halt etwas nachzustellen Aber Heute nicht wie klar Was hier ist dann wahrscheinlich wesentlich machbar Ja Nein, da muss ich mir glaube ich noch ein bisschen Nachschub Aber auch hier eigentlich muss ich hier nicht erlegen, ja Ich muss ja nur durch Irgendwo Und halt es letztlich genug mitnehmen Ich schaue Okay vielleicht sollte ich auch mal wieder auf die Kanone gehen, die ist relativ voll und tschüss. So, Feuer frei. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Okay, jetzt dobsen wir. Einmal nachladen. So geht es ja auch noch. So geht es ja. So geht es ja auch noch. 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 Schön, dass ich mich hier oben gesprengt habe. So geht es ja auch noch. 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 So. Wieder ein bisschen viel. Kann man nur noch einmal? Noch? Wo ist denn jetzt mehr? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann würde ich gerne mal ein bisschen weiter. Das war's für heute. 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 Tschau, tschau, tschau. Das war's für heute. Das war's für heute.